Hallo und herzlich willkommen zurück zu Micky's Castle of Illusion. Beim letzten Mal haben wir die Spielzeugwelt durchquert und sind jetzt in dieser unglaublich coolen Wolkenwelt angekommen, in der es leuchtende Pilze gibt. Cool. Und ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden, ob ich da lang gehen will oder dort. Ich geh erstmal unten lang. Unten klingt immer nach Falle und falsch, darum erstmal da. Los, kommt raus. Danke sehr, ihr. So. Und das war tatsächlich falsch, war ja klar. Na super. Hm. Hm. Okay, dann würde ich mal... Halt. Das sieht auch verdächtig. Ja. Juhu. Und hier geht's trotzdem nicht weiter. Aber ich hab Mummeln bekommen. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt, dass wir noch die Mummeln haben? Ich glaube ja. Oh, die sind schon wieder da. Dummköpfe. Heps. Heps. Oh, die sind auch... Wie viel sind denn das inzwischen? What the... Was ist denn das? So. Und Fledermäuse gibt's auch. Na super. Dann möchte ich mal... Hier runter vielleicht? Na stopp. Da kommt man nicht runter. Bonk. Bonk. So. Oh mein Gott. Moment, wenn da unten... Ich weiß, dass ich das bereuen werde, aber... Ich hab's nicht bereut. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Nein, Micky. Oh, Micky kann nicht aus dem Wasser springen, glaube ich. Das ist nicht so gut. Oh, nee. Oh. 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 Was zum Guck... Ach so. Ah. Okay, ich hab den Levelaufbau, glaube ich, verstanden. Ist eigentlich total simpel. Ich spring hier lieber drüber. Also dürfen wir eigentlich nicht ins Wasser fallen, weil das die Niete ist. Oh mein Gott. Ah. Das ist zum Guckuck. Das ist nicht so cool. Oh ja. Ach, da unten ist nochmal die Niete. Ja, ich seh schon. Ich seh schon. Oh mein Gott. Ah. Oh. Ah. Mann. Das ist nicht lieb. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger da zerhauen kann, weil die diese Stacheln da oben haben. Also die Schuppen. Ach so, wie heißt denn das? Das Skelett vom Fisch heißt? Oh mein Gott. Das Skelett vom Fisch heißt Gräte. Genau. Komm ich da rüber? Oh mein Gott. Das wird ein weiterer Sprung. Oh mein Gott. Das ist zu weit. Was war das denn gerade? Ich hab einen Fisch zerbackt, glaube ich. Ähm. Kann man noch hoch? Danke. So. Und hier ist auch überall nichts. Schön. Na dann muss ich wohl da lang. Aha. Ach so. Dann konnte man den Sprung wohl gar nicht schaffen. Na das ist ja dumm. Und. Klack. Yeah. Und ich möchte da hoch. Danke sehr. Exit. Ich glaube ich muss mal hier ins Wasser. Oder auch nicht. So. Ich geh mal kurz um dich ringsrum. Hä? Das ist nicht gut. Da ist zwischen unten nochmal ein Strom. Oh mein Gott. Ein Strom. Oder auch nicht. Was? Was? Hab ich was verpasst? Kann ich da nochmal eine Wand zerschießen? Wie bei der Spielzeugwelt? Hier oben vielleicht? Wow. Ne. Ich glaube. Drüber springen geht er auch nicht. Ist hier nochmal was? Ne. Hä? Also da unten war auf jeden Fall nicht nochmal. Ich gucke nochmal die anderen Löcher rein. Warte mal. Das war der Ausgang glaube ich. Ne. Das war der Ausgang. Achso. Dann ist das nochmal eine Niete. Okay. Wow. Nicht lieb. War ich hier schon mal? Ja. Ich war hier schon mal. So ein Müll. Nicht gut. Und was mache ich jetzt? Ich könnte. Ich habe eine Idee. Ich kann ja nochmal eins zurück. Und jetzt probiere ich mal. Komm mal hoch. Eins. Zwei. Drei. Okay. Bei drei kommt er circa. Eins. Zwei. Drei. Na das hat sich ja gelohnt. Oh. Jetzt bin ich wieder bei dem komischen Kerl hier unten. Da will ich doch gar nicht hin. Schwimm mal schneller, Mickey. Du musst noch einem Fisch auf die Rübel springen. Danke sehr. So. Eins. Eins. Zwei. Drei. Und zack. Na bitte. Das klappt doch. Zwei. Drei. Und zack. Danke. So. Und jetzt springe ich. In das da rein. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Gang. Und der geht weiter. Ja. 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 Ich glaube das ist gut. Yeah. Cool. Schön. Ach super. Wenn das die erste Welt der drei waren, dann kann ich mich auf was einstellen. Oh mein Gott. Oh. Ist das cool. Da schüttelt es mich gleich. Oh. Wie cool. Oh. Wow. Fledermäuse sind nicht meine Freunde in diesem Level. Und auch in keinem anderen glaube ich. Oh. Das ist total geil gemacht. Das ist Hammer. Wenn das zwar hier jetzt in die Inka Richtung geht. Äh. Habe ich zwar die Befürchtung, dass der Boss auch irgendwas damit zu tun haben wird. Aber. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Oh mein Gott. Blöde Fledermaus. Du kriegst es dafür als Rache ab. Yay. Oh oh. Hässlich. Hässlich. Ich mag die Fische nicht. Oh. Aber das mag ich. Oh nein. Oh. Wie dämlich. Okay. Das sieht. Oh shit. Okay. Nochmal so einen Fisch abwarten. Eins. Zwei. Drei. Danke sehr. Oh. Eins. Zwei. Drei. Oh wie geil das gemacht ist. Die Musik dazu noch. Ich liebe das. Oh mein Gott. Also das Wasser da. Das gefällt mir gar nicht. Und hier geht es nicht weiter. Okay. Weil das Wasser sieht für mich so aus wie es reißt dich runter und du bist instant tot. Ohne Lebenspunkte. Kommt das Wasser nochmal? Muss ich das triggern? Kommt das nur einmal? Ich weiß es nicht. Ich glaube ich, das ist zu lang für regelmäßig runterfallen. Ich laufe einfach los. Oh mein Gott. Aber die muss man sagen. Oh mein Gott. Die Plattformen sind echt klein. Oh ein Stern. Danke sehr. Da fühle ich mich schon ein Stückchen besser. Oh. Oh große Plattform. Also. Haha. Zwei Felder breit. Aber das ist ja im Vergleich zu dem davor echt gut. Oh mein Gott. Da war Wasser hinter mir. Das mag mir nicht gefallen. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Okay. Und rein da. Oh mein Gott. Okay. Warte mal. Ha. Und. Jetzt kommt das. Nein. Oh man. Das gibt es im. Im Nachfolger gibt es so was ähnliches auch. Hüps. Nein. Ah. Oh. Aber man stirbt nicht sofort. Okay. Das ist nicht so schlimm wie im Vorgänger. Äh. Im Vorgänger. Klar. Das ist nicht so schlimm wie im Nachfolger meine ich. Da war man instant tot. Okay. Micky. Wir müssen das anders machen. Du musst da hinspringen. Und da drüber. Oh was. So. Das machen wir. Ich warte jetzt auf jeder Plattform. Das ist mir sonst zu riskant. Oh. Wie Micky da entspannt so stehen kann. Ich würde mir die Hosen machen. Oh oh. Vor allem jetzt. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott. Oha. Oh ein Herz. Äh. Quatsch. Naja. Indirekt. Stimmt's. Aber. Lebensenergie. Oh. Und die Musik ist so geil. Das ist Hammer. Ähm. Nein. Oh was. Nein. Nein. Nicht so weit. Ja. Die kann mir egal sein. Hoch. Micky. 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 Okay. Heps. Micky. Du musst nochmal da hoch. Wir gehen ganz weit nach rechts. Damit wir das schnell schaffen. Und runter. Und rein. Danke. Das müsste eigentlich gehen. Ich muss mal springen. Sonst bin ich zu langsam. Heps. Ducken. Schön. Oh mein Gott. Das war riskant. Das auch. Okay. Hier können wir glaube ich. Uah. Uah. Ja. Also hier können wir glaube ich warten. Würde ich mal sagen. Und da können wir nicht hoch glaube ich. Shit. Oh nein. Da sind wir im Ziel. Ah. Schön. Na das ging ja noch. Und tatsächlich. Der Boss ist im. Naja. Inka Style. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh was. Was war das denn? Was bist du denn? Wow. Aha. Ich muss jetzt nicht wirklich gegen. Oh mein Gott. Das war knapp. Stirb. Ich habe noch zwei Lebenspunkte. Ich stelle mich lieber wieder hier nach innen. Das scheint gut zu sein. Oh. Oh. Nein. Was sind denn das für Gegner? Bang. Dummbobs. Ich stelle mich jetzt an den Rand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ich habe es geschafft. Achso. Der kleinste kommt auch noch. Und zwar jetzt. War es das? War es das? Ja. Oh cool. Bam. Oh. Fail. Und bam. Jetzt habe ich es bekommen. Dumm. Schön. Du bist eine mutige Maus. Mach weiter. Du kannst nicht ruhen, bis Mini gerettet ist. So ist es. Und damit haben wir Level 3 komplett abgeschlossen. Das ist gut. Ich frage mich, wie viele Welten das Spiel hat. Waren es sieben? Ich weiß es nicht. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Glitzer. Oh mein Gott. Och nein. Okay. So kann man das natürlich auch lösen. Hier ist eine weitere Tür. Was ist wohl in diesem Raum? Das sah büchermäßig aus. Bücherei. Oh mein Gott. Oh. Das ist ja saugeil. Okay. Oh. Wir haben wieder Äpfel. Schön. Okay. Ich würde mal sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal im riesengroßen Bücherregal. Und bis dahin. Euer Illig. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.